Ja, willkommen heute. Heute möchte ich euch Tamara Pfeiler vorstellen, die uns den Vortrag Wen streicheln, wen essen? Fleischkultur als psychologisches Phänomen hält. Vielleicht kennen manche von euch auch den Vortrag schon. Oder ein ähnlicher, also nicht denselben, aber ein ähnlicher. Tamara hat in Gießen und in Mainz Psychologie studiert und ist hier an der Uni Mainz am Psychologischen Institut in der Abteilung für Persönlichkeitspsychologie und Diagnostik als wissenschaftliche Mitarbeiterin und promoviert zurzeit. Ihre Forschungsschwerpunkte in der Psychologie sind in der Emotionsregulation, der Ernährungspsychologie und in den Human Animal Studies. Ja, danke. Schön, dass ihr, sie alle da seid. Entschuldigt bitte die Verspätung und die Verzögerung. Ja, jetzt nochmal kurz, wer war denn die letzten Wochen schon hier? Es sind ja noch ein paar gekommen. Okay, also die Hälfte und die Hälfte nicht. Gut, also für die, die da waren, gibt es jetzt vielleicht nochmal ein paar Wiederholungen, aber nur ein paar kurze. Genau, also mein Vortrag heute hat den Titel Wen streicheln, wen essen? Und ich möchte euch kurz was zum Ablauf erzählen. Ich werde kurz eine Einführung in das Thema geben, warum ich das jetzt als wichtiges Thema für halte, wozu ich zu forsche und eben auch diesen Vortrag jetzt heute halte. Kurz eben auf Mensch-Tier-Beziehungen im Allgemeinen eingehen und Human Animal Studies vorstellen. Dann möchte ich euch Fleischessen als psychologisches Phänomen vorstellen und da eben drauf eingehen, wie man das Fleischessen psychologisch beschreiben kann, welchen Konflikt man dabei auch beschreiben kann. Und im dritten Teil gehe ich darauf ein, welche psychologischen Mechanismen damit assoziiert sind und wie Menschen eben mit diesem Konflikt, den ich vorher beschrieben habe, umgehen. Und dann freue ich mich im Anschluss auf eine Diskussion mit euch. Ich würde euch bitten, dass ihr, wenn ihr irgendwelche Verständnisfragen habt, die gleich stellt, wenn es Fragen sind, die eher so in der Diskussion abdriften, die euch aufzusparen, vielleicht zu notieren und am Ende dann zu stellen. Insgesamt werde ich eine Stunde referieren und dann haben wir noch genügend Zeit zu diskutieren. Ja, als erstes kann man sich erstmal angucken, was Tiere denn eigentlich für uns Menschen sind. Und da lassen sich einige Beziehungsbereiche beschreiben. Zum einen sind sie erstmal im positiven Sinne unsere Gefährten. Ganz viele Haushalte in Deutschland haben ein Haustier bei sich leben. Das sind knapp 40 Prozent aller deutschen Haushalte. In der Psychologie ist man auch darauf gekommen, dass eben durch diesen positiven Einfluss, den Tiere auf Menschen auswirken, sowohl psychologisch als auch physiologisch, also auch den positiven Einfluss, den sie auf Gesundheit haben, dass man Tiere auch als Therapeuten einsetzen kann. Hier ist ein Bild von einem Delfin, der mit einem behinderten Kind interagiert. Man kennt es aber auch in anderen Bereichen, wo eben Beziehungen zu Tieren gefördert werden, um positive Effekte auf die psychische und physische Gesundheit zu haben. Dann sind Tiere auch vor allem unsere Nahrungsmittel, also sowohl in Form von Fleisch als auch eben Milch von Tieren oder Eier, also Ausscheidung von Tieren. Dann tragen wir Tiere in Form von Kleidung, sei es jetzt Lederschuhe, Lederjacke oder Bolle. Tiere sind auch unsere Unterhaltungsobjekte, wenn wir an Zirkusse denken oder auch an Zoos, wo wir hingehen, um unterhalten zu werden. Und sie werden auch genutzt in der Wissenschaft und in der Forschung und sind da eben Forschungsobjekte. Wenn man sich diesen groben Bereich jetzt, den ich da mal skizziert habe, an Mensch-Tier-Beziehungen anschaut, fällt einem auch, dass die Beziehungen zwischen Mensch und Tier vor allem vielseitig sind, aber eben auch komplex und überaus ambivalent. Also zum einen haben wir sehr positive Beziehungen zu unseren Haustieren und gleichzeitig essen wir zum Beispiel andere Tiere aber auch. Und wenn man sich jetzt diese sechs Bereiche anguckt, die ich jetzt ausgewählt habe, kann man sagen, dass der überwiegende Bereich von Mensch-Tier-Interaktion, wenn man aus dem Blickwinkel von Tieren darauf guckt, in einem gewalttätigen Kontext angesiedelt ist, also sowohl jetzt bei Tierversuchen, aber eben auch vor allem, wenn es um Nahrungsmittel oder um Kleidungsmittel geht, weil Tiere für die Herstellung oder Produktion dieser Nahrungsmittel eben getötet werden müssen. Die Human Animal Studies, wie jetzt einige von Ihnen schon im Laufe dieser Vorlesungsreihe irgendwie erfahren haben, ist ein interdisziplinäres junges Forschungsfeld, die aus ganz vielen verschiedenen Perspektiven sich eben diese Mensch-Tier-Interaktion angucken und beschreiben wollen und auch tiefergehend analysieren wollen. Wichtig ist, dass die Human Animal Studies eben konkret und ganz explizit das Tier als beachtenswertes Subjekt mit einbeziehen in ihre Analyse und eben es nicht nur als Untersuchungsobjekt quasi für sich selber konstruieren, sondern eben versuchen auch die subjektiven Auswirkungen dieser Mensch-Tier-Interaktion für das Tier im Speziellen zu untersuchen. Und dadurch eben auch soziale Konstruktionen von verschiedenen Tierrollen, die die Tiere in der menschlichen Gesellschaft einnehmen, auch zu dekonstruieren und eben auch kritisch zu reflektieren. Wer Anfang Juni bei dem Vortrag von der Julia Gutjahr da war, Julia Gutjahr ist von der GSA, das ist die Group for Society and Animals an der Uni Hamburg, das ist eine soziologische Forschungsgruppe, die Human Animal Studies betreiben, der hat schon mal einen Einblick bekommen in Gewaltdefinitionen. Und interessanterweise ist Gewalt an Tieren jetzt erst aktuell ganz neu quasi in der Soziologie thematisiert worden. Gewalt an für sich ist eh ein sehr, sehr breiter Begriff. Und die GSA hat eben in einem interdisziplinären Handbuch zu Gewalt eben 2013 auch einen Artikel explizit zu Gewalt an Tieren veröffentlicht und haben erst einmal festgehalten, dass wenn man sich die Gewaltdefinitionen anguckt, gibt es ein Minimalkriterium, auf die sich, egal welchen Fokus, die einzelnen Definitionen einnehmen, man sich einigen kann auf das Minimalkriterium, dass physische Verletzungen oder Schädigungen des Körpers eben als Minimum gelten für die Definition von Gewalt. Und diese Gewaltdefinition lässt sich eben dann auch auf Tiere übertragen und so argumentieren eben Buschka, Gutjahr und Sebastian, dass Tiere eben Schmerzen körperlich empfinden können und sich auch Schmerzen entziehen wollen, weil sie eben verletzbar sind und verletzbare Körper haben und ihre Leben auch durch menschliche Handlungen eben beabsichtigt beendet werden können, müssen eben diese Gewaltdefinitionen auch auf Tiere übertragen und angewendet werden. Und sie unterscheiden zwei Ebenen von Gewalt. Einmal die private Gewalt, die wir auch alle als, also gesellschaftlich nicht akzeptieren. Private Gewalt wäre eben so eine persönliche Misshandlung von Tieren und die zweite Ebene, die sie beschreiben, ist die institutionalisierte Gewalt gegen Tiere, was eben ein System von professionalisierter, organisierter und staatlich auch subventionierter Gewalt gegen Tiere ist und die auch gesellschaftlich akzeptiert ist. Auf die gehe ich jetzt gleich nochmal ein. Also private Gewalt, das sind private Misshandlungen von Tieren, da kann man dazu zählen, körperlicher Missbrauch, sexueller Missbrauch als Sodomie bezeichnet oder auch das Horten von Tieren. Das Horten von Tieren ist eine Ansammlung von ganz, ganz vielen Tieren in der Wohnung zum Beispiel, die schwer vernachlässigt werden und dann auch krank werden. Genau und gemeinsam hat diese private Misshandlung von Tieren, dass sie immer auch in einen, also zumindest der körperliche und sexueller Missbrauch in einen zwischenmenschlichen Gewalt, gewalttätigen Kontext eingebunden ist und da gibt es ein kleinerer Forschungsbereich, der nennt sich The Link in der Psychologie und da wird eben menschliche Gewalterfahrung sowohl als Ursache als auch als Konsequenz von Tiermissbrauch angesehen. So ist zum Beispiel körperlicher Missbrauch von Tieren mit dem Erleben von häuslicher Gewalt in der Kindheit assoziiert oder Personen, die sexueller Missbrauch an Tieren vollziehen, sind selbst häufiger Opfer von sexuellem Missbrauch gewesen und es gibt verschiedene Korrelate zum Missbrauch auch von Frauen oder Mobbing. Und die verbindende Ursache, die dabei angenommen wird, ist, dass es bei den Tätern einen Mangel an Empathie gibt und sie dadurch eben sowohl Gewalt an Tieren als auch Gewalt an Menschen ausüben können und eben so ein abgestumpftes Emotionserleben haben. Wir sind uns sicherlich einig, dass diese Formen von Gewalt an Tieren gesellschaftlich nicht so akzeptiert sind und gemeinhin als Tierquälerei benannt werden und so sieht man das auch, dass es zum Beispiel auch eine Gesetzesgrundlage gibt gegen diese Form von Misshandlung von Tieren. Wenn wir uns jetzt die institutionalisierte Gewalt gegen Tiere angucken, sieht es da anders aus. Da kann man erstmal dazuzählen, jegliche Gewaltformen, in denen das Tier mindestens physisch, also körperlich geschädigt wird. Ich habe jetzt erstmal die Tierindustrie dazu gezählt und eben Tierversuche. Und im Gegensatz zu privater Gewalt ist eben die institutionalisierte Form von Gewalt gegen Tiere nicht nur sozial akzeptiert, sondern auch rechtlich legitimiert. Ich glaube, das hatten wir bei dem Vortrag von Klaus Petrus, das ist diese vernünftige Grundklausel im Tierschutzgesetz. Also ein Tier darf dann geschädigt werden, wenn es einen vernünftigen Grund gibt. Und den vernünftigen Grund muss man annehmen, der ist nicht näher definiert, aber muss man annehmen, dass es eben das Bedürfnis an tierlichem Fleisch oder eben anderen tierlichen Produkten darstellt oder eben in Tierversuche wäre dann sowas wissenschaftliche Erkenntnis. Und diese institutionalisierte Gewalt wird eben durch das Konsumverhalten der meisten Menschen in unserer Gesellschaft unterstützt, also zum Beispiel finanziell durch den Kauf von Produkten, die vom Tier stammen oder eben auch von Produkten, die an Tieren getestet wurden. Und aus psychologischer Perspektive stellt sich jetzt hierbei einfach die Frage, warum jetzt institutionalisierte Gewalt im Gegensatz zu dieser privaten Gewalt eben selten erstmal als Gewalt überhaupt wahrgenommen wird und welche psychologischen Mechanismen jetzt mit der Unterstützung von dieser institutionalisierten Gewalt einhergehen können. Dazu, das habe ich am Anfang vergessen, würde ich jetzt gerne ganz kurz auf ein paar Hintergründe, auf ein paar Statistiken zur Tierindustrie eingehen, weil ich mich jetzt im heutigen Vortrag eben auf Fleisch essen, also die Industrie konzentriere, die Fleisch produziert oder generell tierliche Produkte produziert. Und dazu habe ich jetzt heute ein paar Statistiken mitgebracht. Und das Erste wäre erstmal eine Frage an euch, die sich mit dem Thema schon ein bisschen auseinandergesetzt haben, kennen das vielleicht schon, aber was meint ihr? 87.269 Landtiere werden in der deutschen Tierindustrie getötet, im Quartal, im Monat, in der Woche, am Tag oder pro Stunde. Das ist jetzt der Stand 2013. 87.269 Landtiere werden in der deutschen Tierindustrie getötet pro Stunde. Das sind, wenn man das, ich habe das jetzt runtergerechnet, wenn man das jetzt hochrechnet, werden insgesamt jährlich über 754 Millionen Landtiere und über 11 Milliarden Fische und Meerestiere für den Verzehr in Deutschland getötet. Das sind an die 12 Milliarden Tiere pro Jahr. Und das eben nur in Deutschland. International werden pro Jahr über 65 Milliarden, 525 Millionen Tiere getötet. Zur Veranschaulichung, das ist jetzt ein Zitat von der Journalistin Hilal Segin aus der Zeit, 2014 war das, und zwar hat sie gesagt, in den 30 größten Kriegen der Menschheit wurden insgesamt über 600 Millionen Menschen getötet, jemals auf der Erde gelebt haben, seit der Steinzeit gut 100 Milliarden Menschen. Das heißt, wir schlachten in anderthalb Jahren mehr Tiere, als je Menschen auf der Welt gelebt haben. Hier gibt es auch nochmal aus der Zeit, die prägen immer wieder ganz gute Artikel, wie ich finde. Wir haben eine Tierzählung, ganz aktuell, Mitte Mai war das, und da sieht man auch nochmal ganz schön hier die Auswirkungen jetzt der unterschiedlichen Bereiche. Also wir haben einmal hier die Nutztierindustrie, dann Haustiere in Deutschland, Versuchstiere und Zootiere, und dann sieht man definitiv, dass diese 754 Millionen Landtiere den größten Bereich ausmachen. Genau, also durch den hohen Bedarf an Tieren jedes Jahr verwundet es jetzt auch nicht, dass in Deutschland über 98 Prozent der tierlichen Produkte aus konventioneller Haltung, sogenannter Massentierhaltung, stammen. Kriterien für Massentierhaltung sind die Anzahl der Tiere pro Betrieb oder wie viel Platz ein Tier hat und welche Bestandteile des Futter hat. Uns ist allen klar, dass Massentierhaltung die Tiere auf engstem Raum zusammengepfercht hält, dass die Tiere meist kein Tageslicht sehen. Die werden in kürzester Zeit hochgemästet. Das hier ist ein Bild von schwangeren Säuen, das sind sogenannte Sauenbuchten. Die gebären quasi ihre Säue in diesen Buchten. Die sind dafür da, weil die Angst besteht, dass die Sau selber ihre Ferkel tot liegt. Deswegen wird sie da eingesperrt und kann sich weder Tränenwänden liegen noch irgendwas. Auch phänomenal ist, dass durch diese Überproduktion und dadurch, dass die Tiere so viele Hormone bekommen, kommt es eigentlich zu einer Überproduktion von Nachwuchs, wo dann eben auch viele des Nachwuchs einfach verhungern, weil die Sau sie nicht ernähren kann. Und ja, nochmal speziell auf die Milchindustrie einzugehen, muss man auch sagen, ist eben auch eine Industrie, ein ökonomisches System, was eben auf Profit ausgerichtet ist. Und das hat mich sehr beeindruckt. Das Beispiel der Milchkuh, also um Milch zu geben, muss eben eine Kuh ein Kalb gebären. Das ist, glaube ich, jedem klar. Und ein Kalb trinkt ungefähr 8 Liter am Tag. Das sind zwischen 1000 bis 2000 Liter pro Jahr. Und in der Industrie muss die Kuh aber bis zu 14.000 Liter pro Jahr geben. Das heißt, die Kuh wird jedes Jahr, bekommt die wieder neu, also wird neu geschwängert, bekommt ein neues Kalb, damit das Milchvorkommen nicht nachlässt. Und das bedeutet aber auch, dass die Kuh, während sie Milch gibt, immer schwanger ist, was rum wieder die weiblichen Geschlechtshormone in der Milch enorm erhöht. Und so eine Kuh ist natürlich nach wenigen Jahren am Limit, fertig und bricht zusammen und wird dann eben auch geschlachtet und weiterverarbeitet. Die über 754 Millionen Tiere müssen ja auch in Betrieben getötet worden. Das ist eine Statistik von den Schlachtfabriken in Deutschland. Phänomenal ist, dass über 55 Prozent aller Tiere in nur vier Betrieben getötet werden. Tönnies ist der Marktführer. Der schlachtet über 15 Millionen Schweine pro Jahr. Das sind bei 365 Tagen über 40.000 Schweine am Tag. Und Tönnies schlachtet eben nicht nur Schweine, sondern auch Rinder. Und das heißt, das sind 24 Stunden Schichtarbeit. Das sind Akkordschlachten am Fließband. Und die tragische Konsequenz ist eben, dass die meisten oder nicht alle Tiere eben beim Betäubungsakt richtig betäubt werden und dass sie dann entweder bei ihrer Zerlegung wieder aufwachen oder Schweine, die werden, bevor sie quasi geschlachtet werden oder zerlegt werden, kommen die nochmal in so ein Prühbad, damit die Borsten abgehen. Und da ist auch die tragische Konsequenz, dass eben viele Schweine wieder aufwachen, wenn sie gerade gekocht werden. Und der Spiegel berichtet von einer Fehlerquote bei Rindern von ungefähr 9% und bei Schweinen sogar bis zu 12,5%. Und wenn man das wieder hochrechnet, dann liegen diese Einzelschicksale im Millionenbereich. Die Fleischwarenindustrie und auch die Milchindustrie sind die zwei milliardenschwersten Industrien in Deutschland. insgesamt macht der Ernährungsmittelzweig einen Umsatz von 150 Milliarden im Jahr. Und wenn man die Tierindustrie jetzt zusammenrechnet, inklusive Futtermittel, macht die Tierindustrie fast 50% dieses Gesamtumsatzes aus. Also da kann man mal sehen, was da für finanzielle Interessen einfach auch dahinter stehen. Und natürlich hat die Industrie kein Interesse daran, dass der Verbraucher über die Zustände erfährt. Deswegen ist es zum Beispiel auch verboten, in diese Anlagen reinzugehen. Das Hausfriedensbuch, man darf nicht filmen, etc. pp. Okay, das war jetzt ein kurzer Ausflug zu den Hintergründen. Wenn man sich jetzt Fleischessen als psychologisches Phänomen anschaut, stellt man sich natürlich erstmal die Frage, warum essen Menschen denn eigentlich Fleisch? Und es gab mehrere Studien, die eben Leute befragt haben, was so die Barrieren zu einer vegetarischen Ernährung sind. Also quasi die Motive fürs Fleischessen abgefragt haben und darüber hinaus noch gefragt haben, warum ernährt ihr euch denn nicht vegetarisch? Und die Studien zeigen eigentlich immer zwei Hauptmotive. Einmal sagen die Leute, naja, ich habe Freude am Fleischessen, mir schmeckt es gut, das ist so ein Genuss. Und das zweite Motiv wäre, dass es eben eine Gewohnheit gibt, Fleisch zu konsumieren und beziehungsweise so ein Unwille da ist, sein Verhalten zu verändern. Und natürlich kann man sagen, da steckt auch noch Tradition dahinter, weil wir einfach schon ganz lange Fleisch essen und auch so aufgewachsen sind. Bevor ich jetzt weitermache, habe ich euch ein Video mitgebracht, das so ein bisschen auf das Bild anspielt. Und zwar stellt sich ja die Frage, okay, wir essen zwar Fleisch, aber die wenigsten von uns haben diese Gewaltassoziation. Also wir haben irgendwie das Fleisch und wir denken aber nicht darüber nach, wo das Fleisch herkommt oder dass dafür Lebewesen getötet wurde. Und wenn man das mal auswechselt und sagt, naja, sie haben jetzt irgendwie ein Hundefleisch gegessen, da hätte man die Deassoziation direkt. Und ich habe ein nettes Video gefunden im Netz, was ein bisschen witzig ist und was quasi dieses Paradox zusammenfasst. ist brasilianisch üblich, also kommt aus Brasilien passend jetzt zur WM. ein das ist ein das das Untertitelung des ZDF, 2020 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 oder entgegen meinem Gefühl und das ist ja was sehr Alltägliches. Also ich hatte mir jetzt als Beispiel überlegt, dass zum Beispiel in meinem Leben wichtiger Wert wäre jetzt Ehrlichkeit. Jetzt habe ich eine wichtige Prüfung, zum Beispiel meine Abschlussprüfung, bin aus welchen Gründen auch immer schlecht vorbereitet und entscheide mich jetzt, einen Spickzettel zu benutzen, obwohl ich eigentlich die Einstellung habe, dass Täuschen nicht in Ordnung ist. Das heißt, ich verwende dann den Spickzettel in meiner Prüfung und entweder dabei oder spätestens danach werde ich ein schlechtes Gefühl haben, ein schlechtes Gewissen, ein schlechtes Gefühl und bin dann irgendwie gezwungen, mein Verhalten vor mir selber zu rechtfertigen. Und genau dieser Zustand ist quasi beschreibt kognitive Dissonanz und ich kann jetzt, diese Dissonanz ist sehr unangenehm, weil ich nicht konsistent bin in meinem Verhalten und ich versuche dann wieder eben mein Verhalten oder dieses Ungleichgewicht zwischen Verhalten und Einstellung oder Erleben in eine Konsonante, also in Einklang quasi miteinander zu bringen. Und da habe ich jetzt verschiedene Möglichkeiten, wie ich das machen kann. Ich kann entweder meine Einstellung verändern, obwohl das eher selten passiert, oder ich ziehe neue Informationen heran oder versuche eben durch andere Kognitionen mein Verhalten zu rechtfertigen. Das wäre jetzt an meinem Beispiel, die Prüfung war jetzt so wichtig, da war Specken einmal ausnahmsweise erlaubt. Voraussetzung für das Entstehen von Dissonanz ist, dass man sich bewusst und frei für diese Verhaltensmöglichkeit entschieden hat. Und quasi dieses Konträr, also diesen Punkt eben auch im Blick hat. Sonst würden wir ja alle immer, wenn wir, also sonst müssten ja alle, die Fleisch essen, immer Dissonanz empfinden und dem ist ja nicht so. Und jetzt hat sich eben diese Forschungsgruppe auch ein Experiment gemacht und versucht eben diese Dissonanz in dem Kontext zu untersuchen und untersucht eben, wie genau jetzt Menschen eben damit umgehen, wenn sie mit den Konsequenzen oder Hintergründen von Fleisch essen konfrontiert sind. Und sie sind so vorgegangen, dass sie erstmal Versuchspersonen eingeladen haben und gesagt haben, es geht hier um Konsumentenverhalten. Wir haben davor noch so eine andere kleine Pilotstudie, werdet ihr bereit dazu teilzunehmen. Und da mussten die Versuchspersonen erstmal geistige Fähigkeiten einer Kuh zuschreiben. Also sie haben ein Bild gesehen von der Kuh und sollten sagen, inwieweit die Kuh fähig ist, Freude, Schmerz, Angst, Wut zu empfinden, aber auch inwiefern sie fähig ist, Emotionen zu erkennen, ein Gedächtnis zu haben, Entscheidungen zu treffen, zu planen. Danach sind die Personen wieder abgelenkt worden mit so einer 20 Minuten Ablenkaufgabe. Und dann sind sie gefragt worden, ob sie jetzt im Zuge dieser Konsumentenstudie bereit wären, folgende Nahrungsmittel zu sich zu nehmen. Da waren alle möglichen Nahrungsmittel drauf, aber eben auch Fleisch. Die Leute, die gesagt haben, sie wollen kein Fleisch essen, sind direkt rausgeflogen quasi aus der Studie, weil die Forscher wollten ja nur Fleischesser untersuchen. Und dann sind die Versuchspersonen zugeordnet worden zu zwei Gruppen. Die erste Gruppe sollte die Produktion von Äpfeln beschreiben, sollte einen kleinen Text drüber verfassen, wie Äpfel produziert werden. Die zweite Gruppe sollte schreiben, wie Fleisch produziert wird, also von der Züchtung eines Tieres bis das Fleisch quasi im Supermarkt steht. Und im Anschluss daran, wenn man jetzt unser Dissonanzmodell wieder anwenden würde, würde man sagen, die Gruppe hat eine geringe Dissonanz, die Gruppe hat eine sehr hohe Dissonanz, weil sie quasi mit den Hintergründen von Fleisch, wie das produziert wird, konfrontiert sind. Und im Anschluss daran wurde der negative Effekt, Affekt gemessen von den Versuchspersonen oder generell der Affekt gemessen. Und sie sollten erneut geistige Fähigkeiten zu verschiedenen Tieren zuschreiben. Und die Studie konnte jetzt eben zeigen, dass zum einen negativer Effekt entsteht, Entschuldigung, Affekt entsteht und vor allem in dieser Fleischgruppe, also die fühlen sich irgendwie schlecht, und dass diese Fleischgruppe vor allem die geistigen Fähigkeiten zum zweiten Zeitpunkt geringer zugeschrieben hat, der Kuh, als zum ersten. Das heißt, sie hat die geistigen Fähigkeiten der Kuh aberkannt. Und das Interessante war jetzt, dass je mehr sie diese geistigen Fähigkeiten aberkannt haben, umso weniger negativen Affekt haben sie gehabt. Das bedeutet, dass quasi diese Aberkennung der geistigen Fähigkeiten zu der Kuh hat dafür gedient, dass der negative Affekt nicht so stark war. Die haben quasi ihre Emotionen reguliert darüber, dass sie die Kuh abgewertet haben. Und das haben die Autoren dann dafür genommen und gesagt, okay, man kann bei Fleisch essen, wenn die Produktionsbedingungen von Fleisch bewusst gemacht werden, von einem Konflikt sprechen, der irgendwie gelöst werden muss. Eine andere Frage, die sich natürlich stellt, ist, okay, aber wir wissen doch eigentlich alle, wie Fleisch produziert wird, warum essen wir es denn eigentlich dann noch? Und da wäre ein anderer Zugang aus der Sozialpsychologie auch zu sagen, man kann Tiere auch als Fremdgruppe assoziieren, und zwar, wenn man sich den sozialen, rechtlichen und moralischen Status von Tieren verdeutlicht, ist es klar, dass es eine eindeutige Grenze zwischen Menschen und Tier gibt und dass diese Grenzziehung mit gewissen Konsequenzen für Tiere eben ist und eben auch in Form von institutionalisierter Gewalt gegen Tiere. Und Tiere sind klar den Menschen nicht gleichgestellt, sie sind eben untergeordnet und die meisten Tiere werden für menschliche Bedürfnisse oder Interessen eben genutzt und es gibt eine strukturelle Asymmetrie zwischen Mensch und Tier zugunsten des Menschen. Und in der psychologischen Auseinandersetzung jetzt mit Ab- und Ausgrenzung von Gruppen, da gibt es schon einiges dazu, eben vor allem Ab- und Ausgrenzung von menschlichen Gruppen und hier werden eben soziale Ungleichheiten und diskriminierende Verhaltensweisen vor allem im Kontext von Vorteilen thematisiert, auf die ich im Folgenden jetzt auch näher eingehen werde. Und diese Ausgrenzung oder Abgrenzung zwischen Gruppen wurde anhand des Eigengrupp-Fremdgruppen-Phänomen beschrieben, also In-Group-Out-Group-Phänomen, was festhält, dass diese Abgrenzung anhand von einem bestimmten Merkmal passiert oder vollzogen wird. Also die Eigengruppe ist die Gruppe, zu der ich mich selbst zugehörig fühle und die Fremdgruppe wird anhand von zum Beispiel biologischen Merkmalen wie Geschlecht, Alter, Ethnie oder Sexualität abgegrenzt, aber es gibt auch historische Merkmale wie Staatsangehörigkeit, Kultur oder Religion. Und Forschungen haben eben gezeigt, dass diese Abgrenzung zu Fremdgruppen, dass die Unterschiede zwischen Eigen- und Fremdgruppe meistens überschätzt werden durch diese Abgrenzung und dass eben Vorurteile da zum Tragen kommen. Was sind Vorurteile? Jetzt nur ganz kurz. Vorurteile sind Überzeugungen und die kann man anhand von drei Ebenen beschreiben. Verhalten, Kognition und Emotion. Verhalten wäre diskriminierendes Verhalten, also die Priorisierung von In-Group-Interessen über die Bedürfnisse oder Interessen der Out-Group gestellt werden. Und diese Diskriminierung werden wiederum auch durch diese zugrunde gelegten Überzeugungen aufrechterhalten und auch legitimiert. Dann haben wir noch Kognition. Das sind, da kann man kognitive Stereotypisierung dazu zählen. Kognitive Stereotypisierung beschreibt quasi den Prozess, wenn ich ein Individuum nur anhand von einem Merkmal kategorisiere, wie jetzt zum Beispiel Hautfarbe. Das heißt, wenn ich selber weiß bin und mein Gegenüber als Schwarzer kategorisiere und dann Vorurteile damit einhergehen, dann interessiert mich nicht, wie der sonst drauf ist, sondern es ist für mich einfach nur ein Schwarzer. Und diese Vorurteile haben auch eine emotionale Dimension und zwar entweder gehen sie einher mit negativen bis feindseligen Emotionen oder eben aber auch mit so emotionaler Indifferenz oder Missachtung, dass quasi bei mir einfach nichts passiert, emotional. Und diese psychologische Vorurteilsforschung kann eben auch gut auf Tiere übertragen werden. Also wenn man das Tier mit in die Betrachtung mit eins bezieht, dann kann man sagen, das Tier wird diskriminiert aufgrund seiner Spezies, aufgrund des Interesses an Fleisch und kann sich dann angucken, welche Kognitionen oder Emotionen mit dieser Stereotypisierung einhergehen. Jetzt wollen wir uns erstmal die Überzeugung angucken, was es dazu gibt und im Anschluss gehen wir dann noch auf Kognitionen und Emotionen ein. Zu den legitimierenden Überzeugungen, die quasi den Status Quo in unserem Umgang mit Tieren rechtfertigen, kann einmal Speziesismus benannt werden. Speziesismus, der Begriff, wurde geprägt durch den Psychologen und Philosoph Richard Ryder. Der beschreibt eigentlich so einen Anthropozentrismus, also dass Menschen auf Menschen bezogen haben und dass der moralische Wert und auch die moralische Verpflichtung, die ich gegenüber einem Individuum habe, abhängig von seiner Spezieszugehörigkeit ist, also aufgrund seiner Zugehörigkeit zu einer Art. Und Speziesismus generell legitimiert eben die Nutzung und Diskriminierung von Tieren im Allgemeinen. Dem zugrunde gelegt ist quasi so ein Mensch-Tier-Dualismus, also man geht davon aus, dass Menschen einzigartige Fähigkeiten besitzen, die keine anderen Tiere aufweisen und deswegen Menschen etwas Besseres oder einen höheren moralischen Wert haben als andere Tiere. Interessant ist jetzt, wenn man sich das in dem Vorurteilsforschungskontext anguckt, ist bei In-Group-Out-Group-Forschung komplett klar, dass Aussagen über die Fremdgruppe nie akkurat sind. Also, dass diese Aussagen über andere Fremdgruppen sagen immer was über den Aussagenden aus, aber nie wirklich über die Gruppe, über die ich quasi gerade urteile. Das heißt, es gibt einen tollen Autor, der heißt Reicher, der sagt eben, dass wenn ich ein Mitglied anhand eines spezifischen Merkmals kategorisiere, wie jetzt zum Beispiel in dem Beispiel schwarze Hautfarbe, bedingt das diese Kategorisierung die Relevanz eines bestimmten Kategorien-Systems und das wäre in dem Fall die Ethnie und damit auch wiederum die Kategorisierung meines eigenen Selbst. Ich bin weiß. Und das Interessante ist jetzt, dass der Mensch sich ja über die Kategorisierung, sich selbst über die, sorry, nochmal von vorne, der Mensch kategorisiert sich selbst als Mensch über die Abgrenzung zum Tier. Das heißt, wir brauchen das Tier, um uns selbst als Menschen zu definieren. Und darüber wird dann wieder die Relevanz des Kategorien-Systems Spezies hervorgehoben. Und diese alle anderen eben nicht-menschlichen Individuen fallen quasi in die Fremdgruppe und werden als Fremdgruppe dann kategorisiert. Wenn man sich jetzt diese psychologische Einzigartigkeit von gewissen Eigenschaften mal anschaut, lässt sich das auch psychologisch beschreiben. Und zwar gibt es da Untersuchungen an Laien, wie eben Menschlichkeit quasi konstruiert ist psychologisch. Und da haben sich zwei Dimensionen gefunden. Einmal diese menschliche Einzigartigkeit und die menschliche Natur. Die menschliche Eigensichartigkeit ist quasi die definierte, angenommene Grenze zwischen Mensch und Tier. Und dazu gehören so Eigenschaften oder Fähigkeiten wie Intelligenz, Empathie, Sprache, Kultur, Moral und sekundäre Emotionen, also Liebe, Scham, Schuld. Und die menschliche Natur unterscheidet jetzt Lebewesen im Allgemeinen von nicht-lebendigen Dingen. Und dazu gehören vor allem primäre Emotionen, so wie Wut, Freude, Schmerz, aber auch Mitgefühl und Wärme. Ganz spannend ist jetzt, dass diese Studie von Marco eben zeigen konnte, dass diese psychologische Grenzziehung ein Ausdruck von Dilemmetat zwischen Mensch und Tier ist und die Priorisierung von menschlichen Interessen rechtfertigen soll. Und zum anderen kann man sagen, dass die Verhaltensforschung und die komparative Psychologie belegt, also quasi die sich mit den realen Grenzen zwischen Menschen und nicht-menschlichen Lebewesen befasst, klar macht, dass es keine eindeutige Grenzziehung, zumindest nicht anhand dieses Konstruktes, möglich ist. Also es gibt diese menschlich einzigartigen Eigenschaften, sind nicht einzigartig für Menschen. So wurde zum Beispiel gefunden, dass auch Tiere Empathie aufweisen, dass Tiere auch kommunizieren können oder auch Persönlichkeit haben. Das andere Konstrukt, was man als legitimierende Überzeugung jetzt speziell auf Fleischessen benennen kann, ist Canismus. Das wurde von der Sozialpsychologin Dr. Melanie Joy geprägt. Sie beschreibt eben Fleischessen als Überzeugungssystem und Canismus legitimiert jetzt eben speziell das Essen von Tieren. Und Canismus kann als eine Unterform von Speziesismus angesehen werden und beschreibt eben verschiedene Überzeugungen, die das Fleischessen jetzt aufrecht erhalten wollen, sollen, können. Was sagt ihr? Fleischessen ist? Ich muss nicht die ganze Zeit reden. Normal, natürlich und notwendig. Fleischessen ist normal, natürlich und notwendig, wäre quasi eine konkrete, die konkreten Überzeugungen, die der Canismus umfasst. Jetzt gucken wir uns die kurz an, diese Überzeugung. Was ist normal? Normal ist immer das, was von der dominanten Kultur gestaltet wird. Also soziale Normen sind von der Gruppe innerhalb einer Kultur vorgegeben, die eben die Mehrheit hat oder die größte Macht hat. Soziale Normen sind definiert als konkrete Vorschriften für ein Sozialverhalten. Sie unterliegen aber auch einem sozialen Wandel. Sie sind, wie gesagt, gesellschaftlich und kulturell bedingt und sind sozusagen äußerliche gesellschaftliche Erwartungen an das Individuum und aber konkret zu unterscheiden von inneren, vernunftgemäßen Gewissensprüfungen von Handlungen. Ganz klar kann man sagen, Heterosexualität ist normal, wird als normal angesehen oder die Diskriminierung von Frauen oder Kinderarbeit wird in ganz vielen gesellschaftlichen Gesellschaften auch noch immer als normal angesehen. Und da stellt sich natürlich die Frage, ob Normalität so eine Grundlage darstellen soll für Verhaltensweisen, die moralische oder ethische Konsequenzen haben für andere. Natürlichkeit ist ein anderer Teil der karnistischen Überzeugung. Dazu lässt sich sagen, dass der Mensch definitiv kein Karnivor ist, also von seiner Biologie her kein Fleischfresser, sondern die menschliche Physiologie eher dem Herbivoren, also dem Pflanzenfressern ähnelt. Per se ist er ein Omnivor, das heißt, er kann sowohl Pflanzen als auch andere Tiere verdauen und umsetzen. Natürlich muss man sagen, dass der Mensch schon sehr, 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 sehr lange andere Tiere isst. Und man mutmaßt, dass es auch einen menschlichen Vorteil gegeben hat, dadurch, dass der Mensch Fleisch gegessen hat. Eine Hypothese ist, dass das Gehirnvolumen dadurch gewachsen ist, als der Mensch angefangen hat, andere Tiere zu essen. Allerdings ist das eine Hypothese und kein Fakt. Und da gehen die Meinungen bei den Ernährungswissenschaftlern auseinander. Und zu sagen ist dazu, dass das Gehirnvolumen zumindest seit 100.000 Jahren sich nicht mehr verändert hat bei der menschlichen Spezies. Und grundsätzlich, Leitzmann ist ein bekannter Ernährungswissenschaftler, kann man sagen, dass der Mensch schon immer ein opportunistischer Esser war. Das heißt, er hat das gegessen, was er zum Überleben gebraucht hat oder was halt gerade auch verfügbar war. Interessant ist jetzt, dass als wir Menschen angefangen haben, Fleisch zu essen, haben wir nicht direkt gejagt und das rohe Fleisch irgendwie gerissen, sondern wir haben angefangen, Kadaver und Aas zu essen, was andere Fleischfresser quasi übrig gelassen haben. Und zur Muttermilch lässt sich sagen, dass wir die einzige Spezies sind, die noch Muttermilch konsumiert, übers Kleinkindalter hinaus und das auch noch von einer anderen Spezies. Das gibt es so nirgendwo. Und zur Notwendigkeit noch zum guter Letzt kann man sagen, dass die Notwendigkeit als Rechtfertigung für Fleisch wissenschaftlich auf jeden Fall längst überholt ist. Die ADA, das ist die American Dietetic Association, die hat schon 2005 ein Positionspapier rausgebracht, wo sie quasi alle möglichen Forschungsstudienarbeiten zum Thema vegetarisch versus nicht-vegetarische Ernährung zusammengefasst hat und auch so protektive Faktoren untersucht hat von verschiedenen Ernährungsformen. Und sie hält fest, dass eben eine Ernährung, die wohl geplant ist, welche kein Fleisch enthält oder sogar rein pflanzlich basiert ist, ist also eine vegane Ernährung für den Menschen jedes Alters, also vom Säuglingsalter über Kleinkind, Kinder, Erwachsenen, Senioren und auch für Sportler, nicht nur als hinreichend angesehen wird, sondern sogar protektiv gilt, wenn es um bestimmte Krankheiten geht, wie jetzt zum Beispiel Krebs oder koronare Herzkrankheiten und so weiter. Dennoch muss man sagen, dass man diesen, wir brauchen tierliches Protein und wir brauchen tierliches Kalzium, wirklich noch überall antrifft und man kann es aber als Mythos verbuchen. Abschließend zu Canismus beschreibt Melanie Joy eben Canismus als eine dominante Überzeugung, das heißt, Canismus formt Gesetze, Einstellungen, Normen und Verhalten. Wir sind alle kanistisch sozialisiert, also die wenigsten von uns wachsen in unserer Gesellschaft vegetarisch oder vegan auf, sondern wir werden eigentlich alle als Fleischesser erzogen. Und wir haben diese Glaubenssätze so sehr verinnerlicht, dass wir daran, wir glauben daran, wir glauben, das sind Fakten, anstatt dass wir uns bewusst machen, dass es auch nur Glaubenssätze sind, also Überzeugungen. Sie beschreibt Canismus als eine gewalttätige Überzeugung, weil eben diese Überzeugung sich um Gewalt organisiert, für Fleisch muss getötet werden, da führt kein Weg dran vorbei. Und interessant ist auch, dass die Fleischproduktion ein gesellschaftlicher Sonderfall ist von Gewalt, das heißt, es ist die einzigste Form von Gewalt, die rechtlich legitimiert ist, die von der Gesellschaft unterstützt wird und sogar von Steuergeldern subventioniert wird. Und sie beschreibt Canismus auch als eine verborgene Überzeugung, das heißt, den Menschen ist häufig eben nicht bewusst, dass es sich bei Canismus um eine Überzeugung handelt, in einem dominanten und sehr profitablen System und dass es sich eben nicht um Fakten handelt, sondern um Überzeugung. Gut. Mein Kollege und ich haben uns mit dem Thema auch auseinandergesetzt und haben uns überlegt, dass man das ganze Fleischparadox auch ein bisschen allgemeiner formulieren könnte und zwar als Gewaltparadox, also wir unterstützen mit unserem Verhalten oder mit unseren Überzeugungen Gewalt und das ist im Kontrast zu der Empathie, die wir gegenüber anderen Lebewesen empfinden. So gibt es zum Beispiel Studien, dass schon bei Kleinkindern, die in ihrem Gehirn mit Belohnung reagieren, wenn sie sehen, wie anderen Lebewesen geholfen wird. Also dieses Empathieempfinden scheint wirklich dem Menschen inhärent zu sein. Und diese Gewalt, die ausgeübt wird an anderen, verletzt dieses Empfinden bei uns moralisch, emotional, genau und deswegen kann man dieses Paradox ganz gut verallgemeinert beschreiben, jetzt nicht nur auf das Fleischessen bezogen. Jetzt stellt sich allerdings die Frage, wie Menschen generell mit diesem Konflikt umgehen. Also dieser Konflikt entsteht ja nicht nur, wenn wir gerade Fleisch essen und uns jemand sagen, aber weißt du, wie dieses Fleisch da auf deinen Teller kommt, sondern dieser Konflikt entsteht auch, wenn wir uns mit dem Thema auseinandersetzen. Und bisher gibt es eben vor allem in der Literatur zu Fleisch essen verschiedene psychologische Mechanismen, die Personen anwenden, um sich eben moralisch in irgendeiner Form von der Gewalt gegen Tiere im Kontext der Fleischproduktion zu distanzieren. Und diese Distanzierung wird als moralisches Disengagement in der Psychologie beschrieben. Das moralische Disengagement ist so eine Art moralische Selbstentlastung, welche vor allem auch im Kontext von Diskriminierung und Gewalt gegen andere Gruppen beschrieben wurde und die so eine Überlegenheit der eigenen Gruppe und der eigenen Einstellung schaffen kann, soll. Im Kontext von Fleisch essen kann man sagen, dass es generell schon mal eine räumliche Distanzierung gibt zu Gewalt gegen Tiere, durch eine geografische Auslagerung von den Orten, wo Gewalt gegen Tiere vollzogen wird. Also wir haben keine Schlachtfabriken mitten in der Stadt, wo wir alle reinlaufen können und uns das angucken können, sondern die sind irgendwo, wir wissen eigentlich gar nicht wo. Es ist keine öffentliche Handlung mehr, die Tötung an Tieren und wenn wir Gewalt an Tieren im öffentlichen Raum sehen, dann sind wir bewegt wahrscheinlich davon. Und auch auf der sprachlichen Ebene lassen sich Euphemismen beschreiben. So würde man dann irgendwie von der Produktion von Fleisch sprechen, anstatt zu sagen, dass das Tier dafür getötet und geschlachtet wurde oder zerlegt. Psychologisch lassen sich jetzt wieder verschiedene Ebenen beschreiben, jetzt muss ich mich ein bisschen sputen. Und zwar einmal wieder die kognitiv, auf der kognitiven Ebene, auf der emotionalen Ebene und verhaltensbasiert. Kognitiv, zu kognitiven Stereotypen, kognitiv lassen sich diese Stereotypisierung, von denen ich vorher schon mal gesprochen habe, festhalten. Auf der einen Seite, wie das Bild schon schön zeigt, dass wir kategorisieren, wir haben Tiere, die gelten als essbar und andere als nicht essbar. Wenn wir jetzt irgendwie ein Restaurant hätten, was jetzt ganz deliziöses Hundefleisch auf einmal anbieten würde, würden die Leute auf die Barrikaden gehen. Sieht man auch immer wieder schön daran, wenn so ein Bericht aus China kommt, und wie da irgendwie jetzt traditionell ein Hundefleisch festgefeiert wird und die Leute sich darüber aufregen. Da gibt es auch Studien zu, die das untersucht haben, und zwar über den zugeschriebenen geistigen Fähigkeiten. Und die zugeschriebenen geistigen Fähigkeiten sind deswegen immer so interessant, weil sie sehr stark mit einem moralischen Status assoziiert sind. Also je geringer ich die geistigen Fähigkeiten von einem Lebewesen einschätze, umso geringer wird auch sein moralischer Status oder die moralische Verpflichtung, die ich dem Lebewesen gegenüber empfinde. Und diese geistigen Fähigkeiten kann man einmal als Empfindungsfähigkeit beschreiben. Da gehört eben so Erleben von Schmerz, Hunger, Angst, Wut, Freude dazu, aber auch als Handlungsfähigkeit, was ich vorhin auch schon mal gesagt hatte, so wie Selbstkontrolle, moralisches Verhalten, bewusstes Handeln und Planen. Und da haben Sie einfach mal gefragt, wie würde man das meint, also die geistigen Fähigkeiten einschätzen, und wie hoch ist die Essbarkeit des Tieres einzuschätzen. Und hier zeigt sich sehr schön, dass hier unten, also die, die am meisten geistigen Fähigkeiten bekommen, sind die Tiere, die wir nicht essen. Also es ist eine australische Studie, deswegen finden wir hier auch das Känguru. Die und die, die wir als Essbar einschätzen, befinden sich, also auf jeden Fall haben geringeres Mind, also geringere geistige Fähigkeiten. Spannend finde ich jetzt auch hier, dass zum Beispiel der Hund am höchsten eingeschätzt wird in den geistigen Fähigkeiten, sogar noch über einem Gorilla oder einem Affen, was ja definitiv nicht so ist. Da man jetzt aber davon ausgehen kann, dass die Essbarkeit, die gab es ja als erst, also wir wachsen ja in unserer Kultur auf, und da werden wir, die Essbarkeit der Tiere wird erst quasi festgelegt, und dann folgt das Mind. Deswegen war es jetzt interessant für die Forscher zu gucken, was passiert da denn eigentlich. Und diese Abwertung von geistigen Fähigkeiten kann man auch als Objektifizierung beschreiben. Objektifizierung kommt aus der Forschung zu sexueller Objektifizierung, also Feminismusforschung, sexuelle Objektifizierung von Frauen. Kant hat jetzt schon im 18. Jahrhundert beschrieben als Sexual love makes of the love person an object of appetite. As soon as that appetite has been stilled, the person is cast aside as he casts away a lemon which has been sucked dry. Also sobald ich mein Bedürfnis nach meinen sexuellen Appetit gestillt habe, ist das Objekt meiner Begierde nicht mehr wichtig für mich. Das heißt, dieses Objekt der Begierde soll mein Bedürfnis stillen, und das betont eben die Instrumentalität des Objektes. Ein anderes Kriterium wäre, oder Beschreibung von Objektifizierung ist, dass die Persönlichkeit oder eben geistigen Fähigkeiten des Objekts verleugnet werden. Was hat sich jetzt gezeigt, dass bei Menschen, die objektifiziert werden, also wo es einen Körperfokus gibt, wo die Versuchspersonen sich halbnackte Männer oder Frauen angeguckt haben, die eine Gruppe, die andere Gruppe hat sich angezogene Menschen angeguckt, hat sich gezeigt, dass die Leute, die mehr diesen Körperfokus hatten, tatsächlich den Objekten weniger Empfindungsfähigkeit und eine verringerte Schmerzsensitivität zugesprochen haben, aber auch, und das ist das Wichtige, eben eine geringere moralische Verpflichtung. Und denselben Effekt hat man auch bei Tieren eben gefunden. Da gab es mehrere Versuche. Zum einen wurde einfach ein Bild von der Kuh gezeigt und darunter war der Text, diese Kuh steht auf der Weide und frisst mit anderen Tieren Gras. Die zweite Gruppe hat ein Bild gezeigt, also dasselbe Kuhbild gesehen, aber mit dem Text, diese Kuh wurde gezüchtet für Fleisch, sie wird jetzt getötet, geschlachtet und endet dann quasi als Fleisch im Supermarkt. Und da hat sich gezeigt, dass eben in dieser Gruppe die Leute, der Kuh weniger geistige Fähigkeiten zugesprochen hat, als in dieser Gruppe. Und genauso interessant war auch, dass auch das Schmerzempfinden und die moralische Verpflichtung geringer bewertet wurden, wenn die Personen vorher Fleisch gegessen hatten, als die Gruppe, die vorher einfach Nüsse gegessen hatte. Das heißt, Tiere werden objektifiziert, um sie zu essen. Eine weitere Distanzierung, die man beschreiben kann, ist die emotionale Distanzierung. Und zwar ist es interessant, dass bei Leuten, die kein Fleisch essen, die berichten von Ekelvorfleisch. Jetzt stellt sich die Frage, haben die per se einen höheren Ekelvorfleisch oder wie kommt dieser Ekelvorfleisch auf einmal zustande? Und Ekel wird in der Psychologie beschrieben oder wurde schon beschrieben, dass es eben zwischen Ekeln einen sehr starken Zusammenhang mit dem moralischen Empfinden gibt, wie wir auch in dem Video gesehen haben, dass viele Leute mit Ekel reagiert haben, weil ihr moralisches Empfinden verletzt war. Und interessant ist jetzt, dass die drei stärksten Ekelauslöser sind einmal Tiere, Verletzungen des Körpers und Tod. Und bei Fleisch muss man sagen, dass Fleisch ja alle drei Auslöser eigentlich beinhaltet, ist vom Tier. Der Körper wurde verletzt, weil es ist nur noch ein Körperstück, also ein Körperteil übrig. Und das Tier ist gestorben dafür. Und trotzdem löst es eben bei ganz vielen Personen kein Ekel aus. Da ist die These, dass eben moderne Fleischproduktion diesen Tierbezug eliminiert. Das heißt, wenn wir Fleisch sehen, denken wir nicht mehr, haben wir nicht mehr den Bezug zu dem lebendigen Lebewesen, was es einmal war, weil wir jetzt auch nicht mehr irgendwie einen ganzen Schafskopf irgendwie beim Metzger liegen haben. Man kann also sagen, dass Fleisch oder die Wahrnehmung von Fleisch verzerrt ist. Also wir nicht das wahrnehmen, was wir eigentlich sehen, sondern eine Vorstellung haben, aber eben nicht, was es eigentlich bedeutet. Und diese Wahrnehmungsveränderung eben auch dazu dient, Fleisch weiterhin zu essen. Eine zweite interessante Distanzierung, die sich auf emotionaler Ebene beschreiben lässt, ist Empathie oder Empathiemangel. So haben Studien gezeigt, dass Fleischessende berichten generell von weniger Empathie gegenüber Tieren. Das verwundert jetzt erstmal nicht, dass Vegetarier von einer höheren Empathie gegenüber Tieren berichten. Aber es gab auch bildgebende Verfahren, die quasi die empathiebezogenen Hirnareale untersucht haben. Und da hat sich eben gezeigt, dass auch Fleischessende weniger Aktivität in diesen Gehirnarealen zeigen. sowohl wenn sie Videos sehen, die Gewalt an Tieren zeigt, als auch wenn sie Videos sehen, die Gewalt an Menschen zeigen. Das heißt, anscheinend lässt sich diese Empathie oder das Blocken in der Empathie oder ich will es jetzt nicht mangel, das hört sich gleich so nach Psychopath an, aber dass quasi diese Beeinträchtigung im Empathieempfinden gegenüber Tieren nicht nur bei Tieren bleibt, sondern auch weitergeht. Und dann eben auch gegenüber anderen Menschen es zu einem abgestumpften Erleben kommen kann. Die dritte, und dann komme ich auch zum Schluss, die dritte Distanzierung kann man auf der Verhaltensebene beschreiben. Das ist die klarste Distanzierung, würde ich sagen, ohne groß psychologisches Rumgefrickel, sondern einfach sein Verhalten zu ändern. Und da zeigt sich eben, dass jetzt die Vegetarierinnen und Veganer in den letzten Jahren angestiegen sind. So gibt es in Deutschland momentan, schätzt der Webo, sieben Millionen Vegetarierinnen, das sind acht bis neun Prozent der Gesamtbevölkerung und 1,2 Millionen Veganerinnen, also 1,5 Prozent. Genau, dann fasse ich nochmal kurz zusammen und dann bin ich fertig. Also, ich habe versucht, euch heute einen kleinen Überblick zu vermitteln über das, was es bisher in der Psychologie, konkret jetzt zum Thema Fleischessen, gibt. Ich habe euch versucht, ein bisschen was über die Hintergründe mitzugeben, über die Tierindustrie und quasi darüber das Problemfeld auch erstmal aufzumachen, was ist jetzt aus einer Sichtweise der Human Animal Studies, konkret zum Fleischessen, wo da das Problem liegt. Dann habe ich versucht, das Ganze ein bisschen einzuordnen in sozialpsychologische Erkenntnisse zu Vorurteilsforschung, dass man die eben auch auf das Verhältnis von Mensch und Tier anwenden kann. Habe was zu Speziesismus und Karnismus erzählt, die quasi legitimierende Überzeugungen darstellen oder beschreiben, die den gängigen Umgang mit Tieren rechtfertigen. Und dann habe ich die Forschung vorgestellt, die eben dieses Fleischparadox beschreiben als psychologischen Konflikt und bin jetzt zum Schluss nochmal auf verschiedene psychologische Distanzierungsmechanismen eingegangen. Also sei es Stereotopisierung, Kategorisierung oder auch so ein Ablocken von Emotionen. Es bleiben auch noch ein paar offene Fragen, die wir vielleicht aber dann auch in der Diskussion noch besprechen können. Und dann möchte ich abschließen mit einem Zitat von Jeremy Bentham. Das ist ein Philosoph, der hat es 1828 schon gesagt. Und zwar, ich zitiere, Es mag der Tag kommen, an dem man begreift, dass die Anzahl der Beine, die Behaarung der Haut oder das Ende des Kreuzbeins gleichermaßen ungenügende Argumente sind, um ein Empfindenswesen dem gleichen Schicksal zu überlassen. Warum soll sonst die unüberwindbare Grenze gerade hier liegen? Ist es die Fähigkeit zu denken oder vielleicht die Fähigkeit zu reden? Aber ein ausgewachsenes Pferd oder ein Hund sind unvergleich vernünftigere sowie mitteilsamere Tiere als einen Tag, eine Woche oder gar einen Monat alter Säugling. Aber angenommen, dies wäre nicht so, was würde das ausmachen? Die Frage ist also nicht, können sie denken oder können sie reden, sondern können sie leiden? Danke für eure Aufmerksamkeit und ich freue mich auf die Diskussion. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.